Oasis-Fans können aufatmen. Zum ersten Mal seit der Verletzung von Noel stehen die Gallagher-Brüder wieder auf der Bühne. Der Vorfall, bei dem Noel sich eine Rippe brach, beschäftigt die beiden noch immer. Um solchen Vorfällen in Zukunft vorzubeugen, werden nun Vorsichtsmaßnahmen getroffen. So wird unter anderem die Show von Boxer Ricky Hatton eröffnet. Dieses Konzert ist das erste Jahr ihrer England-Tour. Es dreht sich natürlich auch um die neue Platte von Oasis, Dig Out Your Soul, die von Kritikern vernichtend besprochen wurde. Aber das ist Sängerlein ziemlich egal. Es ist nicht über das. Ich hoffe, die Fans und die Leute die Bühne wie es, ich fucking like es. Und wenn sie nicht, dann kaufen sie etwas anderes. Ich werde nicht überraschend werden. Jennifer Aniston.